Guten Abend miteinander, wir haben den Samstag, den 17. September, Ende der Eröffnung Shop Zürich City Stromvelo und wir kommen jetzt zur Verlosung von einem Stromer ST2S, so wie er hier schön steht. Wir haben hier vermutlich rund 200 Papiere in dieser Champagne-Chakar-Büchse. Das wird jetzt so richtig schön in die Luft rübergerührt, von Dani, unserem Shop-Liter von Luzern. Und unsere Wetterfete, Jasmin, wird dann eins fangen und diese Person hat dann gewonnen. Also, und Action! Okay, und der Sieger ist Fabian Gaffner von der Hofstrasse 66 in Zürich. Super! Also Fabian, du darfst dich freuen, du bekommst ein solches Bike geschenkt, gesponsert von Stromer. Du darfst selbstverständlich dann auswählen, ob du das Ganze in 17, 20 oder 22 Zoll willst. Wir wünschen dir jetzt schon viel Spass mit dem Stromer ST2S von stromvelo.ch. Du darfst dich freuen. Vielen Dank.